Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es zur nächsten Folge Minecraft Hardcore 2 Wir haben in der letzten Folge, haben wir dieses Beet hier gemacht, also vergrößert, damit die Wirtschaft sich besser und viel mehr Essen haben und besser von mehr an können. Ja, du, du da auch. Ich sage, die heutige Aufgabe, wir müssen uns mehr Ressourcen heranschaffen, weil Ressourcen wichtig wären, sonst mal auch grundsätzlich, weil Ressourcen sehr wichtig sind. Irgendwo schon in die Höhle geht, grundsätzlich, also ja, aber... Problem, wir haben halt hier ein Gebiet, wo wichtig, wenige Bäume sind. Ich werde auch drüber kümmern, wenn wir mal Sätze bekommen, die Baumrate besser erhöhen und mehr Bäume hier pflanzen, das wäre mir auch wichtig. So, war ich nicht mit ihm auch schon? Ja, hier war ich schon. Den, wo will ich haben. Jetzt bauen wir mal den zweiten Baum ab. So, Holz, 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 Holz. Du, wieder hoch, hopp. Waren jetzt alle holzstämme, ich hoffe, dass das jetzt alle waren. So. Ei, komm mal mit dir. Was mir, sie jetzt bräuchte, wäre vielleicht so eine Spinne oder sowas. Die mir Fäden braucht. Ich würde sagen, die wäre mir relativ wichtig, weil ich Fäden bräuchte. Ich würde ja mal einen Spinner, ob ich ja jeden Tag was machen kann. Ich würde ja noch mal mit ihm ganz einfach sagen. Wie das hier ist, habe ich schon... keine drüber hier wirklich gar keine lust auf die klant riep hier so bis tappen nun mal und noch verstorben So, so, langsam wird's langweilig, weil wir so wunderbar nix passiert, hab endlich Eisen, ja, also genau, so, nur ein Stück so, so, und daneben, geil. Die 1 mal erreicht, ich sag mal, oder? Irgendwo in eine Höhle, oder? Komm. Gibt's nicht, wo ist die Höhle? vor wir da unten überhaupt irgendwie daran denken darunter zu gehen erst mal in den ofen das reinkommt hier und wir machen das erst mal christus aber überall habe mir gedacht hier rein zu gehen so oh komm doch her du sack oh die wiese kampf das ist klar wichtig die wiese die die Das klingt gerade sehr gewaltsam. Das ist eine Hülle, die ist sehr groß, bin mir aber auch nicht sicher, ob ich da jetzt so schnell reingehen sollte. Ohne Equipment. Ohne Equipment. Hallo Freunde. So. 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 ich mich fragt kann der kugelfische angeln in minecraft eine frage dabei ist nur er ist doch höchst töten kann gift aussperren dank würde man nicht nur ein gift bekommen eigentlich so logisch gesehen ich weiß minecraft ist nicht so wunderbar sind logisch und so was ich meine so eine idee oder kartenfleisch bruder echt hallo kau küchen komm 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 fischi gönn mir gönn mir die gtdg er war so macht nur die genaten sconshotten dem grund damit ich falle ich weg lauf mich mal hier wieder finde ich nicht mehr so auch darum möchte so was da drüben gibt so und aber sie links und manchen braucht jetzt nicht aber gut zu wissen dass ich mein essen weg geht hat komplett eine richtig gute taktik ist mein essen wirklich aber jetzt stelle ich nicht mit so ein größerer hülle da unten hier suche ich ja gar nicht und dann digga what the hell einfach so ein vier mal vier blöck und drei mal drei blöck oder so wendem in dieser welt heißt was als nächstes kommt jubelbranke ich um die ecklinge gesagt hallo ranz so wer ist das aber wirklich ich bin bisher laut offiziellen berichten eh nicht echt also erst mal fahrt mir aufschlachten muss nicht direkt sein aber wir haben ein dorf gefahren das ist auch schon mal schön plünderung ich habe eine plünderung und dann so wird es verdammt mir gar nicht Hier, 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 hier. Freiheit, wir proben uns das Essen von den Ubringstones, wir machen Deckmatte, Robin Hood ist ein viel reicher, als wir sehen, deswegen dürften wir das, ja, ich weiß, die Geschichte wenn Robin Hood war, wird anders, ich habe alles gesehen, ich weiß, wie es das dort ist, murischer dieses Haus so noch mal sehen, nicht, dass es das noch so gibt, irgendwie wird das Haus doch einfach gleich wie erst ein Bett reingeklatscht und zu noch ein paar Tische, dann wäre, eigentlich das gleiche Hause, äh, bin jetzt auch falsch, geh weg, so, jetzt wird noch, auch, ich glaube, die Maus-Lens muss ja spielen, so. Das heißt, naja, das ist ja bestimmt, ob man sich hier anschauen und man sich Experten hier auch ab er wird abgenommen kurz noch machen wir wenden hiermit die folge ist es beim nächsten wieder und sagen leute bis dann